Kannst du einen guten Film empfehlen? Kannst du einen guten Film empfehlen? Er hatte ein Pflaster an seinem Finger. Er hatte ein Pflaster an seinem Finger. Es ist zuverlässig. Es ist zuverlässig. Kaltes Wetter. Kaltes Wetter. Könnten Sie bitte langsamer sprechen? Könnten Sie bitte langsamer sprechen? Ich möchte mit dir schlafen. Ich möchte mit dir schlafen. Wenn Sie nach Ihrer Abreise noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Wir haben Briefe an unsere Freunde geschrieben. Wir haben Briefe an unsere Freunde geschrieben. Was wirst du morgen machen? Was wirst du morgen machen? Lassen Sie mich bitte zwei davon nehmen. Lassen Sie mich bitte zwei davon nehmen. Ich muss am Freitag ein Modell machen. Ich muss am Freitag ein Modell machen. Du bist ein großzügiger Mensch. Du bist ein großzügiger Mensch. Er hilft immer seinen Nachbarn. Er hilft immer seinen Nachbarn. Er räumte hinter sich auf. Er räumte hinter sich auf. Im nächsten Jahr wird es verlängert. Im nächsten Jahr wird es verlängert. Hallo. Wie geht's? Hallo. Wie geht's? Ich möchte es herausfinden. Ich möchte es herausfinden. Können Sie meine Bettwäsche wechseln? Können Sie meine Bettwäsche wechseln? Ich erwarte eine Gehaltserhöhung. Ich erwarte eine Gehaltserhöhung. Ihr Mann ist Schwimmer. Ihr Mann ist Schwimmer. Ich muss für die Matheprüfung am Donnerstag lernen. Ich muss für die Matheprüfung am Donnerstag lernen. Sollte ich nach vier Wochenenden nicht gehen? Sollte ich nach vier Wochenenden nicht gehen? Du siehst müde aus. Du siehst müde aus. Diese Stühle sind sehr bequem. Diese Stühle sind sehr bequem. Ihr Halbbruder war Ernährungsberater. Ihr Halbbruder war Ernährungsberater. Sie können nicht schwimmen, oder? Sie können nicht schwimmen, oder? Das Buch ist interessant. Das Buch ist interessant. Er lernte fleißig für die Prüfung. Er lernte fleißig für die Prüfung. Manchmal wären sie ein Auftragnehmer. Manchmal wären sie ein Auftragnehmer. Sie hat in der Vergangenheit für große Versammlungen gekocht. Sie hat in der Vergangenheit für große Versammlungen gekocht. Kann ich außerhalb der Küche stehen bleiben? Kann ich außerhalb der Küche stehen bleiben? Wie viel? Wie viel? Mein Sohn war Ballerina. Mein Sohn war Ballerina. Waren ihre Cousets Dekorateure? Waren ihre Cousets Dekorateure? Er, sie sollte sich ausgewogen ernähren. Er, sie sollte sich ausgewogen ernähren. Da kann ich dir nicht helfen. Da kann ich dir nicht helfen. Ich war mit einer Besprechung verbunden. Ich war mit einer Besprechung verbunden. Er hängte sein Bild an die Wand. Er hängte sein Bild an die Wand. Umzingeln sie es nicht. Umzingeln sie es nicht. Kann ich meinen Litchi-Saft nachfüllen? Kann ich meinen Litchi-Saft nachfüllen? Kann ich zur Schaltfläche, optionale Funktionen, gehen? Kann ich zur Schaltfläche, optionale Funktionen, gehen? Ihre Tochter war Pianistin. Ihre Tochter war Pianistin. Wessen Uhr ist das? Wessen Uhr ist das? Wird er nach drei Monaten Vorarbeiter? Wird er nach drei Monaten Vorarbeiter? Es ist schön, Musik zu hören. Es ist schön, Musik zu hören. Haben Sie es jemals in Istanbul gesehen? Ich kann mich nicht darum kümmern. Ich kann mich nicht darum kümmern. War seine Großmutter eine Konzentratorin? War seine Großmutter eine Konzentratorin? Die Torte wurde mit Sahne dekoriert. Die Torte wurde mit Sahne dekoriert. Er konnte die Klempen erarbeiten, einen Tag im Voraus erledigen. Er konnte die Klempen erarbeiten, einen Tag im Voraus erledigen. Er kann Spanisch und ich kann Französisch. Er kann Spanisch und ich kann Französisch. Ich brauche Urlaub. Ich brauche Urlaub. Sie können es nachts tun. Sie können es nachts tun. Können wir nicht den Sonnenuntergang verursachen? Können wir nicht den Sonnenuntergang verursachen? Kann er inspizieren? Kann er inspizieren? Ich möchte bitte einen Kaffee. Ich möchte bitte einen Kaffee. Hattest du Frühstück? Hattest du Frühstück? Sein Computer ist schneller als meiner. Sein Computer ist schneller als meiner. Woher bekommen wir das Ergebnis? Woher bekommen wir das Ergebnis? Senken sie ihre Erwartungen. Senken sie ihre Erwartungen. Sie werden in eine neue Stadt ziehen. Sie werden in eine neue Stadt ziehen. Kann ich ein Kissen haben? Kann ich ein Kissen haben? Wir besuchen das Museum samstags. Wir besuchen das Museum samstags. Möglicherweise trinkt er nicht. Möglicherweise trinkt er nicht. Haben sie jemals vergessen, ihre Geschichtshausaufgaben zu machen? Ist dieses Essen scharf? Werden wir nicht in zwei Tagen singen? Werden wir nicht in zwei Tagen singen? Wird im Morgengrau nicht siegen? Wird im Morgengrau nicht siegen? Der Lehrer gab uns einen kurzen Test. Der Lehrer gab uns einen kurzen Test. Bei Sonnenuntergang können sie keine Klempen erarbeiten durchführen. Sie benötigen Physiotherapie. Sie benötigen Physiotherapie. Bewältigen können. Bewältigen können. Das Baby kichert. Das Baby kichert. Seine Frau ist die Sängerin. Seine Frau ist die Sängerin. Bleiben wir beim Thema. Bleiben wir beim Thema. War unser Großvater ein Illustrator? War unser Großvater ein Illustrator? Man muss debattieren können. Man muss debattieren können. Wir sind hier, um sie bei ihrer Genesung zu unterstützen. Wir sind hier, um sie bei ihrer Genesung zu unterstützen. Ich liebe dieses Lied. Ich liebe dieses Lied. Unser Sohn ist Architekt. Unser Sohn ist Architekt. Ich habe ein Hotelzimmer gebucht. Ich habe ein Hotelzimmer gebucht. Haben Sie Behinderungen? Haben Sie Behinderungen? Hat Ihnen das Museum gefallen? Hat Ihnen das Museum gefallen? Sie werden monatlich informiert. Sie werden monatlich informiert. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es war völlig aufgeregt. Es war völlig aufgeregt. Muss sie bald Dienstmädchen werden? Muss sie bald Dienstmädchen werden? Ist ihr Neffe Kellner? Ist ihr Neffe Kellner? Er würde es im Morgengrauen bekannt geben. Er würde es im Morgengrauen bekannt geben. Konnte man es nicht erzwingen? Konnte man es nicht erzwingen? Das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Warum denken Sie? Warum denken Sie? Es kann monatlich fehlschlagen. Es kann monatlich fehlschlagen. Sind Ihre Enkel Investoren? Sind Ihre Enkel Investoren? Sie waren gute Freunde im College. Sie waren gute Freunde im College. Unser Großvater war Arzt. Unser Großvater war Arzt.